Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Was ist denn dein Problem, Alter? Verpiss dich doch! Hör auf! Raus jetzt! Geh raus hier! Abmarsch! Raus jetzt hier! Du hast hier keinen Grund reinzukommen. Ja, verpiss dich. Äh, Werkbank. Ich wollte ein Schild bauen dafür. Oh, kann ich gar nicht. Ich brauche ein neues Schild, aber ich habe kein Holz. Ich habe doch Holz, das labere ich. Ich habe doch alles da. So, Schild bauen. Nice. Easy game. Guck mal, das habe ich schon. Kannst du aber direkt anziehen. Das kaputtere Schild kannst du aber auch aufbewahren, falls man das noch irgendwas brauchen sollte. Ich brauche noch mehr Kisten hier auf jeden Fall, glaube ich. Ich meine, die Dschungel ist nah genug, dass man hier für viele Sachen nochmal Ich brauche einfach alles auf. Das nehmen wir noch mit. Das kommt hier rein, das kommt hier rein. Ich habe auch nicht mehr viel geguckt. Miet. Natürlich könnte man auch neues... Hier, Bambus kann man mal nützlich machen. Nee, da ist die Werkbank. Mal so. Wollen wir denn die Kohle? Hier. Hopp, so. Oh, da kann man gar nicht so viel baraus. So, das sollte reichen. Ich habe ein bisschen Holz noch mit dabei. Das reicht auf jeden Fall. Kohle werde ich da unten auf jeden Fall noch finden genug. Muss ich sonst noch irgendwas mitnehmen. Nehmen wir das hier nochmal mit. Kobbel. Ich habe zwei davon. Das habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Das reicht auf jeden Fall. Essen. Wo hatte ich denn die Brote? Hatte ich nicht die Brote noch irgendwo? Die kannst du sicher zahlen, aber noch mit zum Essen mitnehmen. Tabu ist das raus. Versteht ihr das? So, dann gehen wir mal wieder runter. Ein Schwert hätte ich noch machen sollen. Weil ich glaube, das bricht bald. Wenn das bricht, ist das blöde. Wenn ich doch ohne Schwert bin, ist das blöde. Blöde NPCs hier. Bietet mir nichts an, Schweine. Das macht so Bock. Ich habe so Bock, dieses Ding zu erkunden. Das macht so viel Fun einfach, finde ich. Ich meine, ich habe Fleisch dabei, ich habe Brot dabei. Solange man keinen Schaden bekommt, verbrauchst du ja auch nicht viel was. Und du warst ja beim Buddeln das ein bisschen. Das ist ja fast gar nichts, was du da für ein Buddeln verbrauchst. So, ich habe gerade gesehen, beim Wiederkommen, hier noch was. Hier. Ich gehe mal den Weg jetzt kurz. Irgendwo ist ein Ende sehr gut. Irgendwann kommt immer ein Ende, meistens. Was ich fertig habe, habe ich mich fertig dann. So. Das ist jetzt ein... What? Ich sehe dich nicht immer als auf zu cheaten. Das ist noch mehr. Ui, das ist so groß. Das ist so groß. Da muss doch irgendwas... Es ist so viel Kupfer, wie es gibt. Ich habe jetzt ein Item jetzt gefunden, was man aus Kupfer baut. Das ist irgendwas mit so einem richtig seltenen Material, glaube ich. So ein komisches Teleskop. Da frage ich ja das hier. Keine Ahnung, was da für eine Klasterdistanz ist. Kann auch sein, dass das mit C überhaupt die Feind kommt. Bin ich mir nicht sicher. Oder ob mir das irgendwas anderes bringt, das Teleskop? Vielleicht kann ich da durch Sachen orten. Das wäre auch cool. Spy Glass. Mal gucken. Wenn ich zurück bin, kann ich es mal bauen. Dann kann man auch schauen. Wäre cool, wenn ich so etwas wie X-Ray machen kann. Das ist ja alles noch voll. Das ist Wahnsinn. Mach mal hier schnell lang. Alles, was ich hier schnell absleuchten kann, ist ja schon mal gut. Das passt. Das heißt, damit schon mal nichts mehr spawnen. Dann kann ich jetzt weiter zurückgehen, wo ich gerade eben war. Guck mal, sind wir schon da. Richtig? Finde ich hier richtig? Ja, hier war ich schlank. Kleiner Gang. Der ist jetzt auch zu Ende. Ich bin gespannt, ob ich diesmal... Was ist das denn da für gestalten? Das ist schon wieder der dunkle? Ja. Ist das ein Lapis Lazuli? Tatsächlich. Wurde mal hier nochmal lang. Mal komm, nix. Ich will mich ja nicht durch so eine große Menge einfach buddeln und dann hoffen, dass irgendwann was cooles kommt. Ich mag es dies erforschen, lieber. Mal komm, nix. Ganz viel Kohle. Ah, hu 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 hu. Mal weiter gucken. Guck mal, da ist auch noch alles cool, ne? Der Stein dauert länger, deswegen ist jetzt da die Dämon-Spitze einfach. So. Was war das denn? Kurz einmal prob. Weiter geht's. Oh, keine Ahnung, was das war. Ich habe irgendein Geräusch gehört, aber habe ich nichts gefunden. Keine Ahnung, wie hat es sich angehört, es wäre irgendwo was umgefallen oder so. Ja, weil ich alleine zu Hause bin, da habe ich mal kurz gecheckt, was das sein hätte können. Hier mal ein bisschen rein, weil, warum nicht? Für den Stein finde ich das ganz okay noch mit der, weil er halt echt lange dauerte Stein. Damit ist das okay, finde ich, für mich gerechtfertigt. Das ist schon super smart, so einen Eimer dabei zu haben. Ich habe auch ein Problem, wenn ich jetzt da rüberkomme. Und auch die letzten Goldzahler und hier sowas absnacken kann, wo man sonst nie hinkommt. Wo du sonst jeden Block immer da reinsetzen musst. Ich glaube, ich komme jetzt so viel zurück. Ich hoffe, dass ich natürlich auch Diamanten mal finde. Ohohoho, ihr sneaky Schweine. Schnicky, schnicky, das war eine Falle. Kurz noch da oben bauen. Gehen wir mal hier lang erstmal. Ohohoho, das war nicht wieder. Ja, okay. Da ist sonst nichts mehr außer Lava hier drunter. Müssen wir einfach mal die Höhe erforschen. Moment, was wir führen. Nein. Geht ruckzuck. Schön monsterfrei ist das hier. Ich mag, dass hier keine Monster sind. Ich muss auch mal an der Decke schauen. Fällt mir gerade auf. Schon wieder so ganz viel Gravel. Jedes Lava-Fleckchen muss weg. Ich möchte nicht in Lava fallen. Alles verlieren. Dann können wir hier hoch noch. So, dann können wir hier rein buddeln. So lange mit dem Stein. Ich frage mich, warum der schon so lange dauert. Das ist ja gar nichts. Na, gar nichts. Ja, ich habe einmal da drin Diamanten gefunden. Ganz am Anfang. Deswegen denke ich, vielleicht ist das ja immer so da. Geh! Hatte dich einfach gesprengt, ne? Ja, mal zurück. Du weißt, alles zu holen, was ich da gefunden hab. Guck mal, jetzt hab ich einen Hunger verloren. Also nahrungstechnisch kannst du hier unten lange sein. Ich hab auch wirklich das Gefühl, dass du overhehen kannst. Also wenn ich jetzt halt nur einen gefüttert hab, ist es, als hätte ich nochmal zwei oder drei extra mit dem Fleisch. Auf jeden Fall. Weil bei den Möhren läufst du fünf Schritte und kannst direkt wieder neue essen. Und hier hast du halt wirklich einen Puffer von einer langen Zeit, hab ich das Gefühl, mit dem Fleisch. Ich glaub, das führt ja drei oder vier auf. Äh, Bambus? Keine Ahnung. Wenn ich den ver... So, wenn ich... Ich geh davon aus, dass ich den Bambus verbrenne. Was ist denn gerade los? Benutzen kann ich wieder das ganze andere Zeug zum Anzünden, dann ist das auch okay. Vielleicht kann ich aus dem Bambus, mit Bambus, ja, Kohle machen. Das wär auch geil. Also Holzkohle. Vielleicht, ich glaub, die ist ja nochmal stärker. Aber das ist auch ein krass aufwendiger Prozess, glaub ich. Aber da war so viel Bambus, und wenn man das anpflanzen kann, das geht ja ruckzuck, wenn man das einsammeln kann. Was ist das denn gerade? Ist sie da reingeflogen? Hatte ich sich eiskalt gedacht? Ich hab keinen Bock mehr. Das war's jetzt. Ich... Oh. Die Suizid... Fledermaus da. Flieg die da einfach rein, die Lava. Lacht sich. Fuck off. Kein Bock mehr. Ich weiß gar nicht, was man mit Lava... Wie sagst du dir? Kannst du nur mit Sachen einfärben mit, oder? Gibt's da noch andere Optionen für mittlerweile? Okay. Das sind keine Sphäre. Das ist ja noch nix mehr. Naja. Aber nix so wirklich interessantes. Ist noch ein bisschen cooler, aber... Ah, jetzt nicht so überraschend. Wollen wir uns mal hier bis zum Ende durch. Wie geht das denn? Diese komische Weg hier. Das sind immer nur so ein paar Blöcke lang. Oh, das überrascht mich jetzt aber tatsächlich, wie weit das geht. Also das geht ja verdammt weit. Okay, nice. Was ist das denn? Jetzt Tuff. Was ist denn Tuff? Was ist denn Tuff? Welcher Höhe bin ich jetzt gerade eigentlich? Ah, Bertrand Kürke. Komisches Tuffzeug. Hab ich noch nie gesehen. Aber irgendwie hat er mir nix gesagt. Kein Rezept oder irgendwas. So, die ist fast kaputt. Und dann hab ich da noch eine. Ein paar Stück hab ich noch. Und ich hab heute so da war. Ich hab also noch genug, um hier zu bleiben. Ach ja, das wollte ich eigentlich nur einsammeln hier. Ich erinnere mich wieder. Defense. So. Da ist noch was. Was gibt es denn hier? Oh, fucking Flutterfledermaus. Lass mal oben lang gehen. Das kann nicht sein. Wie entweder nix ein Ende nimmt. Guck mal, hier geht's wieder weiter. Jetzt noch was. Aber Diamanten hab ich immer noch. Es sind die irgendwie seltener geworden. Das kann ja nicht sein, dass das so gar keine finde, ne? Ich glaub, bald wird so wieder Zeit, nach oben zu gehen. Wobei, ich hab hier ein bisschen noch Scheiße dabei, also aussortieren kann ich noch mal. Aber erstmal nach unten. Ist nix. Können einmal in die Richtung burteln ein bisschen. Ich höre euch auf jeden Fall Wasser direkt neben mir irgendwo. Das Wasser fände ich Interesse dran zu finden. Klingt aus, als wäre das halt direkt neben mir. Wie viel Geld man hier findet. So. Vielleicht finde ich da nochmal so ein Otzelilot. Oh, ich bin voll. Ähm. Das brauche ich nicht. Ich hab's gefunden. Ach du Scheiße. Das ist, uh. so ganz cool haben wir da oben sieht es aus als war ich da schon mal das ist irgendwas interessantes auf dem Weg nach oben ich glaube nicht oder oh ne das geht auch nicht bis nach ganz oben okay dann ist egal auch das bisschen kohle da ist mir auch egal gehen wir wieder den Weg zurück hier hier wieder hoch und dann wieder hier längs wo sind wir denn jetzt ach ja das war nur die Sache genau der Weg war das nur hier mach mal den hier weg da hat sich nichts geändert ich dachte vielleicht bildet sich dann neuer Weg oder so aber nicht so so da ist noch was immer noch keine Diamanten ne ich hab das Gefühl dass die echt seltener geworden sind so ich dachte jetzt so gedampft ich glaube hier war das oder hier jetzt bin ich hier ja so jetzt bin ich wieder im großen Gang wo die vielen Sachen waren ach so kann ich so gar nicht mehr machen ne das kann ich wohl machen das ging ja nur so hat ja schon gereicht weil ich hier mal ein paar Sachen droppen die ich nicht brauche das brauche ich nicht cool kannst du mal Sicherheitshalber behalten das brauche ich auch nicht das brauche ich auch nicht aber ich habe das Gefühl dass dieses komplette Höhensystem noch so gigantisch ist dass ich hier noch lange Zeit verbringen kann komm wir nochmal hoch auch einmal was essen da war ja irgendwo noch ein mega Spalt gewesen ne hört mich nur ob ich halt irgendwann wirklich mal auch Diamanten finde so da kommt was runter gedroppt DORENZO oder ich schon damit ich bin ich bin ich bin Deswegen mache ich einmal kurz Pause, schaue mir die Koordinaten an und muss dann schnellstmöglich dahin. So eine Scheiße, den Creepern. Ich hätte hochgehen sollen. Okay, bis gleich.